Juhu! Unser zweites Türchen. Heute musizieren wir zusammen. Und zwar zu einem Song der Nikolaus. Dazu brauchen wir einen Dirigenten. Seht ihr? Den Emil und mich. Und die springen immer auf. Zum Beispiel auf Sterne oder Herzen. Und immer dann spielt ihr mit den Boomweckers auch die passende Farbe im richtigen Moment. Ihr könnt es gleich sehen und hören. Schaut mal. Und. Ja, ich zeige es euch nochmal. Und. Super. Wenn ihr zum Beispiel keine Boomweckers habt, könnt ihr auch Soundtubes benutzen. Das habe ich gerade gemacht. Da habt ihr den Ton jetzt gerade auch gehört. Okay. Wenn ich jetzt einen roten Becher habe, springt der auf rot auf. Und dann sind die roten Boomweckers dran. Okay. Also. Ich glaube, das schafft ihr gut. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mitmusizieren. Das Video findet ihr da unten. Dem folgt ihr jetzt einfach. Und ich freue mich auf morgen und auf euch. Tschüss miteinander. Bis zum nächsten Mal.